Einen wunderschönen guten Tag, liebe Freunde und willkommen zu einem kleinen Infovideo. Und zwar möchte ich euch sagen, es kommt erstmal nichts mehr auf dem Kanal hier. Und zwar liegt es daran, dass wir, also ich zusammen mit einem Kumpel, mit dem RottenToasty, habe einen neuen Kanal gegründet, also wir machen da zusammen Videos. Und ja, da geht es auf jeden Fall jetzt weiter. Auf dem Kanal kommt eigentlich eher nichts mehr, aber vielleicht kommt da noch was. Muss ich mal schauen, vielleicht mal irgendwann. Aber offiziell geht es auf dem neuen Kanal weiter. Link ist, könnt ihr irgendwo hier klicken oder in der Videobeschreibung, wie es euch recht ist. Und ja, auf jeden Fall schaut vorbei, AMA3-Videos kommen da und natürlich auch andere Projekte, alles mit dabei. Jo, schaut vorbei und wir sehen uns, bis dann und ciao.